Deswegen frage ich mal einfach in den Raum, wo sind die Singles? Wer ist alles Single? Okay, also ein paar, was zu zweit heute hier ist, beide sind Single. Woher kennt ihr euch? Und wann habt ihr entschieden, dass es zwischen euch beiden nichts wird? Tinder! Ihr habt euch bei Tinder kennengelernt und dann seid ihr Freunde geworden? Ich gehe mal aus zusammen. Ach, ihr seid auf einem Date? Wir hatten schon mal aus zusammen. Ich finde es geil, wie oft, wenn ihr sagt, nein, nein, ich hatte mit ihr schon mal was. Wie lange kennt ihr euch schon? Einen Monat? Kennt ihr euch einen Monat, ja? Weil sie war ja schon öfters hier. Das erste Mal, glaube ich. Und das erste Mal mit dir und ich habe alle anderen Männer vor dir gesehen. Seid ihr noch in der Phase, wo ihr beide noch auf Tinder seid für den Fall der Fälle? So als Backup quasi? Ja. 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 Das war's.